ich soll den Normalblick einfach mal in der Datei umändern, das ist ein Affeschreit. Mit Verfrick. Aber warum sollte man sowas tun? Keine Ahnung. Es hat einen komischen Fetisch. Nein. Man will immer nicht über deine Fetische reden. Warum tust du jetzt auf kleine siebenjährige Kinder? Du bist ja der Pädophilie am Typ nicht, ne? Jetzt streitest du wieder mal alles ab. Nö. Oh, ich ist ein Volvo-Händler. Ja, das könnte... Nur weil der Altersunterschied zwei Jahre sagt, dass ich immer wieder viel bin. Äh... Also ich denke mal, dass von sieben Jahre auf 19 Jahre nicht unbedingt... Ja, ne? Aber... Dani, du weißt schon, dass du eigentlich hier mit einem siebenjährigen rumläufst, nicht ich. Klaufe nicht mit einem siebenjährigen Raum. Ja, Probleme. Guckt euch lieber bei Mabuk und Pico an. Ah, ich ist jetzt. Ja, das würde ich sein und so. Hör was? Ah, jetzt verstehe ich mit einem realistischen Teil. Ich glaube, das hat aber nichts mit dem Einparken zu tun, würde ich? Nein, ich habe mit dem Auflieger zu tun. Äh, externe Aufträge. Was habe ich hier noch? Nürnberg, noch. Uppsala, Uppsala, Swansea, Vesterrasse. Köln, Köln, Graz, Metz, Machtdrich, Benno, Frankfurt. Kannst du natürlich auch was holen, was noch weiter unten ist, dann fahren wir halt noch ein Stückchen weiter oder so. München. Ja, ich fahre nach Stuttgart. Ja, ich fahre nach Stuttgart. Hm. Muss bald, glaube ich, Chamelea-Polen. Okay. Okay. Irgendeine Missgeburt hat noch einen Rückwärtsgang drin. Das ist dann wahrscheinlich Eis. Nein, ich habe einen Vorwärtsgang drin. Dann ist das wahrscheinlich dein. Nein, ich habe einen Vorwärtsgang drin. Haha, Eiswolf, du Arschloch. Wahrscheinlich habe ich so beim Rückwärtsgang eines waren. I'm free, bitches. Verpiss dich. Können wir nicht zulassen. Seid blanker. He, noob. Als ob ich da nicht ausrechnen kann. Nein, du hast eigentlich wegen mir gebremst, damit du mich nicht reinrast, mal wieder. Oh, du musst bei dem abholen? Ich komme mit rein. Ja, weil der Scheiß-Einfahrt, ey. Na, da fällt mir was viel Geileres ein. Ich mag sowas irgendwie. Obwohl, nee, warte. Wenn Dani jetzt auf irgendwelche komischen Ideen kommt, dann lasse ich das lieber, dann komme ich lieber nicht mit rein. Dani weiß nie Bescheid, was er für Scheiß antreibt. Oh, du willst doch fix sein, dass ich hier rauskomme wieder? Rückwärts. Hast du wirklich? Nein, du kannst da... Nein, meinst du... ...drehen und so. Fuck you, Dani. Ich habe schon vermutet, was... Ja, dachte ich mir. Deswegen habe ich mich nicht dahingestellt. Hättest du nicht dahingestellt, solltest du nicht dahingestellt. Warum? Du kommst doch locker noch da vorbei. Ich meine, da ist eine kleine Lücke. Da kommst du doch locker durch. Ja, ja. Ja, sieht auf jeden Fall machbar aus. Finde ich schon. Ich bin gleich bei der da. Alles klar. Geht Dani einfach mitten während der Aufnahme afg. Ich glaube es ja wohl nicht. Mal gucken. Habe ich noch Schokolade hier? Ja, ich habe noch Schokolade. Milka. Sag es mit Milka. Loil. Eis packt einfach aus und da steht einfach nochmal direkt der... ...genau der gleiche Anhänger. Ein zweites Mal. Fuck you einfach, Dani. Fuck you. Lecker Schokolade. Hast du jetzt auch Lust auf Schokolade? Hm? Ich hole mir was Besseres. Ich hoffe, es geht. Bis gleich. Oh, jetzt geht doch nicht alle afg, Mann. Was denn? Wir sind hier in der Aufnahme. Ich habe Schokolade. Ah, ich habe Nüsse. Hoffe ich doch. Warum fährt Eis eigentlich da nicht raus? Schau mal, da ist doch jetzt halt frei, Alter. Dani hat seine abgehackten Nüsse wieder mal da zum Spielen und so. Hm? Ähm, weil Eis afg ist und sich torfifil geholt. Äh? Mit wem redest du? Hey, du hast doch gerade gefragt, warum Eis noch nicht rausfährt. Also, ja, ich weiß, dass er... Ich war doch da, wo er gesagt hat, torfifil geholt. Ja, warum fragst du denn, warum er da nicht rausfährt? Ja, aber jetzt kann ich Eis so schneiden, dass er da die ganze Zeit einfach so steht, weil er selber afg ist. Nee, egal. Äh... Nein, ich muss eh da rein, du weißt es schon, oder? Hä? Wobei, ich muss ja weiter vor rein, das glaube ich da. Ich habe gesagt, das war nicht, oder? Nee. Ey, wieso musst du da rein? Nee, das ist ein Arbeitsamt, oder was? Oh, ja. Für was musst du da rein, du Idiot? Wieso, hat sich Mike da eingestellt? Weil ich auf euch gewartet habe. Okay. Ich muss eigentlich jetzt da wieder links rein. Wieso musst du vorhin links, wo musst denn du hin? Ich will schauen, ob ich den besten Motor habe. Eigentlich müsstest du den besten haben, ne? Mann, 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 immer diese Ordnungswidrigkeiten. Fuuuuck. Alter, da müsstest du mich verarschen. Ja, ich will einfach mal beiseite steigen. Fertig. Biss. Oh Gott. Egal, falsche Straßenseiter. Juckt mich nicht. Ist hier, Beambitches. Oh, es geht los. Da wollte ich gerade was trinken. Nein, die gönnen es mir natürlich nicht. Hä, wie können die denn bitte schnell ineinander fahren? Ist das der eine an Atmen, oder was? Ich habe eine Ahnung, was du für Probleme hast, Dany. Die sind ineinander gefahren gerade. Was macht der da? Keine Ahnung. Achso, das bist du, Dany. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Wartung. Parieren. So, es ist dumm. Ich verstehe nicht, was die hier planen. Ja, ich habe den besten Motor drin. Fahrwerk, Midlift, passt. Der passt. Innerstattung, exklusiv. Japp, 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 japp. Alles passt. Wir sind Türke. Bitte, bleib mir weg. Wow. Oh, Dany. War ich so ein Held. Was? Bei mir sah das so aus, als ob ich noch genug Platz hätte. Was ist denn heute mit dem Server los? What the fuck, Drex Türke, ey. Du hast auch noch genug Platz. Ich stehe nämlich noch auf meiner Spur. Du hättest nur gescheit fahren müssen und so. Alter. Ja. Ja, genau. Der wird jetzt erst mal reportet. Ähm. Report. Raming. Das ist Ende. Okay, bitte Lunar Hawk reporten, weil der stellt sich mitten in den Weg rein. Ja, dann report ihn halt. Ups, oder? Nein, ich will nicht absatteln. Ich wollte eigentlich hier, warte mal. 76. Alles klar. Ich will. Nein, jetzt habe ich hier abgesattelt. Mann, das wollte ich doch gar nicht. Huch. Oh, was mache ich denn gerade? Leute. So, jetzt geht's weiter. Wie viel Schaden habe ich denn eigentlich? Oh, gar nichts. Nice. Äh, Eis, wo bist du? Ich stehe hier fest, weil mich ein Türke blockiert. Oh. Ich habe einen Report jetzt komplett. Okay. Also sollen wir warten? Komm mal her und nimm's mal auf. Ja, kann ich nicht. Ich bin zu weit weg. Ich müsste jetzt höchstens drehen. Und das geht hier schlecht. Weil Autobahn. Ich stelle mich hier hin. Alter, Alter. Und dann warte ich hier. Darauf, dass hier was passiert. Huch. Wunderschön mitten in der Pampa geparkt. Ah. Bann, bitte. Was ist? Die beiden wurden gebannt jetzt. Sehr geil. Ich sah keine Bannmeldung. Ja, weil du zu weit weg bist. Du siehst das nur, wenn die Leute in deinem Sichtfeld sind. Also, wenn die dir bei der Tab-Liste angezeigt werden. Oh, ich habe meine Anhänger liegen lassen. Das ist mir eben gerade auch passiert. Ja, weil ich hatte versucht, durch die Kräfte zu drücken. Ich habe mich auch beim Admin bedankt. Die wurden für eine Woche gebannt, die Türken. Das finde ich cool. Das finde ich cool, dass die Admins jetzt mal hier aktiv sind. Dass sie das endlich mal auf die Reihe kriegen. Auch mal auf EU2 ein bisschen. Was Gescheites zu machen. Bist du mal mit den Scheiß-Türken aufzureimen auch noch? Sorry, das ist aber... Ich sage nur die Zahlen, die haben wir ja gesehen. Bei mir sind zwei Türken aufgetaucht gewesen und haben mich blockiert. Es ist eine Tatsache.